Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Zobotin und heute gibt es den Meta-Montag. Das ist das Format, in dem ich euch einmal pro Woche ein Meta-Deck vorstelle als Deck-Profil und euch einmal zeigen werde, wie das Deck aussieht, was ich spielen würde, euch das einmal zum Download bereitstelle, damit ihr das einmal selber spielen könnt und natürlich euch am Ende das Endboard zeige, auf was es enden möchte, was dazu das Ziel sein soll. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Deck für den Meta-Montag und das ist Dragon Link. Wir starten logischerweise mit drei Tracern. Tracer ist eine unglaublich gute Karte, die im Endeffekt nochmal ein Monster aus dem Feld beschwören kann, was in dem Fall ein Thuner-Monster sein kann, was ziemlich, ziemlich gut ist, denn mit dem Thuner-Monster könnt ihr ein paar schnelle Gänze in eurem Ex-Deck machen, sei es Needle-Fiber, sei es der Abyss-Dragon, also ziemlich, ziemlich viele coole Sachen und natürlich ganz wichtig, natürlich ganz wichtig, ein Free-Specials haben wir aus dem Deck mit Quick-Launch, also auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich gute Karte. Dann sind wir hier mit unseren Extendern, einmal der Ups-Roader in die Engine reinbringen kann von den Rockets mit der Dragon Ravine und die zwei Rocket Synchron, die wir einfach über Tracer spaschen können und damit auf das Level-9-Zukommen untergehen können und gegebenenfalls auf Needle-Fiber, wenn wir das über Quick-Launch-Betteln, können wir dann mit Needle-Fiber das machen, was ziemlich gut ist. Kommen wir zu den Extendern, haben wir einmal den Raketen-Betanka, eine ziemlich gute Karte, die eine Interaktion hat mit dem Striker-Dragon, deswegen ist die hier drin, und die zwei Nachtsicht-Drachen, die Jamelocken können und euch eine Karte ziehen lassen können, was ziemlich gut ist. Fun Fact, der hat einen Friedhoose-Effekt, nicht vergessen, der kann nämlich sich selber banischen und dann kann ihr euch vor Targeten schützen von den Spell-Traps, was ganz witzig ist. Und noch ein paar weitere Starter-Karten, nämlich einmal das Drachenmädchen, was unglaublich gut ist, was die Trap suchen kann und was natürlich mit der Trap vom Friedhof gespatelt werden kann, was euch für Turn 3 nochmal ein bisschen mehr Value gibt. Und natürlich ganz klassisch der Brotor, der einfach in sich schon ziemlich gut ist, weil er einfach selber was suchen kann, was diskaden kann, was hilfreich sein kann und natürlich über AP gespatelt werden kann und vom Friedhof zurückholen kann. Also eine unglaublich gute Karte. Machen wir weiter mit den Dark-Exendern, da haben wir einmal den Red-Eyes-Metal-Dragon. Der hat zwar einen Reata bekommen, aber der ist immer noch so gut, der gibt euch quasi mit einer Karte zwei Monster, das ist halt immer noch ziemlich stark und ein Striker-Dragon zu banischen ist jetzt nicht so traurig, weil da können wir im Endeffekt mit dem nächsten Striker-Dragon machen, denn den haben wir wirklich drei Mal im Extra-Dack. Dann den Levionair, der eine Handkarte rippen kann, was ziemlich gut ist und halt einen Monster-Special kann oder Karten zerstören kann. Die ist einfach von der Utility halt so, so gut. Auf jeden Fall eine richtig starke Karte. Und natürlich den kleinen Babydrachen, den Collapse Serpent. Ziemlich gute Karte, Special-Termal-For-Free ist immer gut auf jeden Fall. Dann Light-Exendern und Light-Starter. Natürlich Safer-T. Witzigerweise nur zweimal, weil es nicht mehr nötig ist, weil wir wollen die Karte nicht in der Start-Hand haben, aber sie zu ziehen wäre jetzt nicht so dramatisch. Die ist natürlich geil, weil sie kann natürlich den Levionair suchen, die kann jetzt mehrere Karten suchen. Die kann Karten von Brito-Vere recyceln, von Banditspire. Das ist halt ziemlich gut. Und natürlich der Lymphom-Strahl. Eine ziemlich stimmig starke Karte in Kombination mit Chaos-Space und dem Collapse Serpent. Also da auf jeden Fall richtig gute Karten. Kommen wir zu den Handtraps. Ich spiele hier dreimal Ash Blossom, weil es einfach die generischste Handtrap ist, die wir spielen können. Ist jetzt nicht die beste, aber die generischste auf jeden Fall. Deswegen ist es eine ziemlich gute Karte. Karte, dann haben wir dreimal Artefekt Longinus-Pflanze. Die Karte scheint erstmal ein weirder Pick zu sein, aber das Deck, was uns am meisten irritieren kann, ist halt Dinos. Und wenn wir im Main-Deck schon ein Auto haben, gehen wir das Deck, was uns am meisten stoppen kann. Ist halt ziemlich gut. Und die trifft witzigerweise auch eldlich und invoked ganz gut. Deswegen ist es nicht schlecht, das zu spielen. Auch im Main-Deck schon. Die Zauberkarten haben natürlich die Power-Karten schlechthin. Dreimal Chaos-Base, addet uns ein Monster, was wir wollen und kann auch eine Karte ziehen. Ist ja also richtig stark und recycelt auch Karten, die banished sind. Also viel besser geht's nicht. Drei Quick-Launch. Die Karte ist Special, ein Monster for Free aus dem Deck, was ein weiteres Monster specialen kann. Das ist halt unglaublich dumm. Und die Karte ist nicht Monster-Turn, also eine ziemlich, ziemlich starke Karte. Da haben wir dreimal Talente, drei Taktiken. Die ist quasi Go-First richtig stark. Die ist Go-Second insane. Und die hat halt viele Applikationen. Also die kann entweder zwei Karten ziehen, die kann einen Gegner als Monster klauen oder die kann eine Handkarte vom Gegner rippen. Ja, das ist richtig stark. Das heißt, wir werden immer gehandript werden, was im besten Fall nicht so passiert. Aber wenn ja, haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten, verschiedene Dinge zu machen. Und das ist also richtig, richtig stark. Dann haben wir unseren Combo-Enabler, nämlich den Weltvermächtigungs-Wachdrache. Diese Zauberkarte ist halt insane, weil ihr generisch einen Drachenmonster beim Video zurückholen kann, Level viel noch niedriger. Und ganz wichtig, die kann einen Monster verschieben. Damit können wir unseren LP unter der Sphere-Life machen und damit halt ein Drachenmädchen vom Backspreader beschwören, was ziemlich gut ist, muss man ehrlich sagen. Und die ist halt einmal Free Extender. Das ist auf jeden Fall gut zu spielen. Ist leider One-Spaid-Hörn, aber sonst wäre sie ja mega broken. Schließen wir die Zauberkarten ab mit unseren zwei superen Fealspells, nämlich einmal den Bootsector-Lounge und einmal Dragon's Ravine. Bootsector ist eine richtig gute Karte, aber wir wollen nicht mehr als eine davon haben, weil sie ist super, relativ easy über den Striker-Ragon und sie bringt halt mit mehr als auf 1. Und Dragon's Ravine, eh nächstes Beispiel, können wir suchen über das Dragoony Link-Monster, was ziemlich gut ist. und die gibt uns halt Access zu Drachenmonstern. Das ist immer gut. Nämlich mit dem Upsellroader in den Friedhof kriegen wir unsere Rocket Engines im Laufen, was halt ziemlich gut ist. Und wir schließen das Manic ab mit zwei Traps, nämlich mit den Drachenmädchen-Putzaktionen. Ja, der Name ist ziemlich weird, aber die Karte ist halt unglaublich. Die kann Karten vom Friedhof oder von Hand zurück auf die Hand geben und wenn wir unseren eigenen Speer targeten, verliehen wir keine Karten. Und die kann aus dem Grave noch einmal das Drachenmädchen zurückholen, was die nächste Kopie von ihr suchen kann. Deswegen spielen wir auch zwei davon. für die Interaktion, dass wir die halt nochmal suchen können und dann nochmal eine Interruption im Nachfolge im Spielzug haben. Das ist halt so richtig gut. Kommen wir jetzt zum Extra Deck. Das wird nämlich richtig interessant. Die beste Karte im Extra Deck ist halt der Schlägerdrache, der Striker Dragon. Nichts mehr zu sagen. Die Karte sucht uns zu viel Spell und gibt uns quasi Materialien aus dem Friedhof wieder zurück auf die Hand, indem man sie selber zerstören kann, was ziemlich strong ist. Dann haben wir die nächsten wichtigsten Karten im Extra Deck, nämlich einmal Romulus. Die sucht uns halt Dragon's Ravine. Das ist ziemlich gut. Und natürlich die zwei Spheres. Wir brauchen noch zwei davon, weil wir das halt öfter machen können. Nachfolge im Spielzug und die Putzaktion-Kombination nochmal aufleben lassen können im Spielzug danach. Was, wenn ihr mich fragt, ziemlich strong ist. Dann haben wir unsere ganzen Extender. Haben wir einmal den Vier-Kaliber-Drache, also den Quad-Ball-Dragon. Der Special 2 vom Friedhof zurück, das ist einfach richtig strong. Jetzt haben wir auch 3-2-Monster. Heike Firebacks, denke ich, ich wollte nichts zu sagen. Die Karte specialt halt das Synchronmonster vom Deck und kann auch für das Dingmonster benutzt werden. Also die ist ziemlich, ziemlich stark. Und der Chaos-Ruler, der ist so insane, diese Karte. Und die ist halt quasi auch zwei Monster, deswegen ist sie auch richtig stark. Und mit der können wir halt das Monster machen, was gleich am Ende noch kommt für das Endboard. Also richtig stark. Dann haben wir einmal das Kerne-Drachen-Engine, nämlich einmal LP, Pisti und einmal Saruja. Pisti, LP werdet jedes Game machen, Saruja nicht unbedingt, aber der Saruja kann eure schlechten Hände fixen, deswegen ist sie wirklich richtig stark. Und kommen wir zu den Karten, die wir auf dem Endboard sehen wollen. Das ist einmal der Savage-Dragon, der was negieren kann. Der Abyss-Dragon, der auch was negieren kann. Also richtig stark. Der Border-Tor-Dragon, der, wenn wir in Ghost-Secen gehen, halt OCK-an können oder wenn wir die Möglichkeit haben, um für Game zu pushen und halt für Game pushen kann. Jetzt haben wir ganz kurz das Endboard. Wir wollen mit dem Endboard immer gucken, dass wir so viele Interruptions wie möglich haben. Das heißt, wir wollen Abyss haben, wir wollen den Kaliber Wilddrachen haben, wir wollen Zviers haben und wir wollen natürlich die Puts-Aktion haben. Das heißt, das sind vier Interruptions mit einer Karte, die wir aus dem Deck spaschen können, was auch ziemlich gut ist. Das heißt, wir können mit Zviers logischerweise auch dann noch ein extra Monster holen, mit dem wir uns versuchen können. Ist also ein richtig, richtig starkes Endboard, was wir hier haben. Das war es aber schon mit dem Deck-Profile zu Dragon Link, das Top-Meter-Deck dieses Format zum Meta-Montag. Wenn ihr mehr solche Deck-Profile haben wollt, auf jeden Fall mal ein Abo dalassen, damit ihr in der nächsten Zukunft von den Videos so passt und bis zum nächsten Video. Roll rein. Ciao Leute.